Willkommen zurück hier Wir schauen mal was hat sich getan Wir haben jetzt zwei neue Häuptlinge nämlich Aber na gut was machen wir jetzt nächstes hier Wir werden hier diese Macht Dings machen Wir werden hier diese Macht Dings machen Wir werden hier diese Macht Dings machen Okay Ich habe dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauks zu reißen. Wenn der Graf an der Sie reißen kann, dann können wir schauen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Eines Tages wird der dunkle Herrscher auf mich herabblicken und ich werde bereit sein, seine Feinde zu zerschmettern. Jawohl, wir reißen ihnen die Glieder aus und fressen uns an ihrem Fleisch satt. Ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakugak haben sie teuer zu stehen. Der Hauptmann musste ihn von dem Leich erlösen. Ist ja schon da. Gut, dann werden wir wieder da draufklettern und diese Machtdings machen. Diese Männer sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Er fasst den Arm aus Hülsen. Na, so wollte ich das eigentlich nicht. So. Ich habe Gänse Sagen. Niemand greift mich an. Danke, Herrscher. Willkommen hier in der Stadt. 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 So. So. Okay. So. 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 Was ist das? Ich bleib, lasse das etwas nicht vor. Ich bleib, was sagt er nicht? Session! gut im Zeichen der Macht das machen wir auch das ist diese Blume die brauchen wir so die 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 Ihr größter Fehler ist es, Gnade zu zeigen. Gnade bedeutet Schwäche. Ich werde niemals unbedingt, egal was es war. Zurück an die Arbeit! Okay, und was wir jetzt machen? Okay. Könnte man als Fake betrachten? Aber gut, ja, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!